Die sich ihr angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. Dezember 2013 bezugsfrei. Die Dachgeschosswohnung befindet sich in Schwerin-Schelf-Stadt. Das Objekt verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche und einen Keller. Bei einer Wohnfläche von ca. 71 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Dachgeschosswohnung auf 570 Euro. Falls Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns telefonisch oder via Internet. Die Dachgeschosswohnung befindet sich in Schwerin-Schwerin-Schwerin-Schwerin-Schwerin.